hallo alle zusammen und zwar ihr seht schon um den steinschill soll es diesmal gehen und trophy größe am fluss sura am sport 18 48 hier zu finden mit dem brot rüber gut ist mit dem folgenden equipment habe ich den hier rausgeholt nauwals köder einsahaken 18 vorfach hier köder fisch montage ist klar karte habe ich gezeigt clips als 20 einfach nur geradeaus raus hier ja der kescher sieht eigentlich ganz okay aus ganz viel steinschill wenn man wirklich den abhaken will ist man hier an der stelle auf jeden fall richtig so die bis frequenz ist ziemlich gut vor allem morgens man muss hier nur ein bisschen darauf achten dass wirklich die lauben nicht abgelaufen sind das zweite ihr seht schon es bimmelt nicht wie kriegt man raus ob man hier ein fisch dran hat oder nicht hier reingehen gucken im menü gucken ob es hier blinkt es blinkt also es ist irgendwo hier ein fisch dran nehmen er drücken ok da ist was dran rausholen so das hat man bei steinschill beim zander häufiger die nehmen den köder und ja liegen dann im endeffekt um bohnen und es passiert nichts ja ich konnte ihn hier abhaken laube köder hat sehr gut funktioniert hat jetzt auch nicht lang gedauert hier knapp eine stunde ja nachts geht hier auch ein bisschen der zander zwei rapfen quappen also hält sich eigentlich in grenzen dabei fangen steinschill läuft sehr gut blinkt nichts heißt nichts da bisschen stramm ziehen hier blinkt immer noch nichts also naja abwarten ok ich würde sagen stunde hier geangelt ich habe probieren wir gucken wir jetzt einfach was mir die eine stunde hier bringt auf laube ich opfer sogar das ticket so und zwar habe ich vorhin schon kaffee auftrag abgegeben mit drei steinschill gut jetzt habe ich noch den trophienkischer ja ein bisschen länger sitzt vielleicht hat man hier sogar die möglichkeit auch im blauen mal die bis frequenz ziemlich gut ist so laufen jetzt noch mal zum shop happy hour gerade abgelaufen eigentlich ganz gut gezogen hier noch in der happy hour gut 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 so 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 mal hier in der stunde 150 naja nicht die meiste kohle hier 52 silber bringt ja nur aber abhaken müssen wir den so oder so so und wie gesagt hier den habe ich vorhin gemacht 75 silber naja nicht das meiste an silber hier verdient aber es ist in ordnung ok das war es natürlich jetzt kommt nochmal der drill der war ja relativ kurz aber den zeige ich euch auch nochmal viel spaß dabei ciao ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017